Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei 2N2. Und ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft den Kobold, den Goblin-König auszuschalten und haben eine versteckte Kammer gefunden mit Hinweisen darauf, dass Rosabelle, die Königin, eine Schwester namens Isabel hat und eigentlich Isabel-Königin sein sollte. Aber Rosabelle hat sie in den Keller gelockt an ihrem 18. Geburtstag und ich vermute nichts Gutes dabei. Weil man hat auch aus diesen Sammlergedichten ein bisschen herausgehört, dass es scheinbar Ärger zwischen den beiden gab. Das ist wahrscheinlich nur ein klitzekleiner Teil von einer Riesenkrabbe. Klein? Das hier? Ach, du bist keine Hilfe. Okay, unser Magier ist am Durchdrehen wegen diesem Ding da hinten, dem Auge, was uns beobachtet. Und Pontius, etwas nur für ein kleines, ja, etwas. Also erst einmal müssen wir uns hier wieder einen Weg hoch basteln, denke ich mal. Ich denke mal, das geht so. Und dann das hier oben drauf, um den Dampf beim anderen Ausgang zu verstärken. Ja, und dann müssten wir normalerweise hier rüberkommen. Hoffe ich mal. Wenn nicht müssen wir uns dann aufbasteln. So, genau. Das ist ja sehr beruhigend. Also wir können Säure mit dem Schild abwehren. Aber nicht mit den Füßen. Also drauf rumstehen ist keine gute Idee. Was bist du für ein Viech? Achso, du bist ein komischer... dein komisches Echsen-Wesen. Der ist die Sorte, die ich nicht so gut leiden kann. Gucken wir mal, dass wir mit unserer Diebe da oben den Felsen wegsprengen. Und da oben geht's, glaube ich, weiter, würde ich gerade sagen. Aber diese... Dinger hier, lassen wir uns nicht weiter. Gehst du weg? Na gut, auf die Weise... ...wenden wir euch, glaube ich, schneller los. Und du hast dich da ganz schön verkeilt. Kalt, äh... Ich will noch die Erfahrung, die ich da gerade gesehen habe. Dankeschön. Und dann gibt's da, glaube ich, keine Erfahrung mehr. Äh, ja toll, jetzt müssen wir hier drüber springen. Und uns hier hochhangeln. Ach, und da war der Schalter, der das Ganze ausgelöst hat. Äh, und so ist hier gleich wieder ein Safe Point. Ja, hallo, was ist das hier jetzt wieder? Äh, nein, so geht das nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich da oben dagegen schießen. So. Das Ding landet da unten im Wasser. Äh. Nicht ganz so wie geplant. Aber ich glaube, das muss dann so gehen. Aua. Die ist weg, du blöde Säure. Hm. Die ist bloß weg. Aua. Nein, so geht das auf jeden Fall nicht. Die Dinger sind nicht säurefest, die fangen sofort Feuer. Hm. Das ist also schon mal nicht hilfreich. Und den Hebel von hier aus umlegen können wir auch nicht. Äh, ja, wie kommen wir jetzt bitte schön da rüber? Da muss ich jetzt nochmal kurz zurückgehen und gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Nein, das hier macht nur da oben auf. Nö. Äh, Momentchen mal. Nein, das bringt nichts. An den Kessel kommen wir nicht ran. Äh, wie weit können wir wohl springen? Eine Kiste hält eine kurze Weile. Und deswegen benutzen wir mal eine Kiste. Aua. Nö, wie kommen wir da hoch? Hm. Noch die Kiste. Und ganz schön noch die Kiste. Und hoch bitte. Dankeschön. Warten, bis die Säure weg ist. Und hüpft und zurück. So. Die Säure ist weg. Und stell wieder hier hoch. Ah, Viecher. Viele Fliecher. Da kämpft sich doch lieber gegen Goblins. Waren die Wachtschaden? Wie lieb das? Ja, genau. Einschuldigung ist über Wurzeln. Ich gucke mal auf die Glaubenwurzeln. Ich glaube, das waren alle. Okay, zwei Fähigkeitspunkte. Wurzeln wir dem Augenblick nicht. Im Augenblick nichts. Worauf immer ich mich jetzt festgeklebt habe. Wow. Ey, ich kann mich hier fürs Überallfressen rein, hä? So. Ja, die Kampfmusik kann langsam mal aufhören, bitte. Wow. Was macht das? Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Ich würde eigentlich jetzt liebend gerne da hochkommen, irgendwie. Ach, das hat die Säure ausgeschalten. Autsch. Ähm, weniger gut. Ist noch völlig gut. Ich glaube, ich schwinge. Wow. Ähm, ja. Achso, deswegen. Da war noch ein Gegner. So, Säure ist aus. Hier unsere Diebel schnell wieder beleben. Und Wasser. Gott sei Dank. Wasser. Keine blöde stinkende Säure. Einfach nur Wasser. Äh. Wie auch immer, man da oben rankommt, jetzt wieder. Äh. Was machst du denn? Das Wasser umleiten. Ich schau mal einer an. Vielleicht ist das Wasser um. Und so kommen wir hier drüben noch weiter. Hier unten scheint nämlich garantiert was zu sein. Oder auch nicht. Aber gut, es ist das Wasser auf der anderen Seite. Wow. Das können wir uns jetzt mal hier umgucken. Ich sehe nämlich schon. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas mit den Fässern machen, um da rüber ran zu kommen. Aber jetzt leiten wir erstmal das... Nein, wir leiten das Wasser noch nicht wieder um. Wir schießen erst mal da... Oben. Durch. Wenn wir es sind. Ja, können wir. Komm schon. Ja, genau. Erfahrungsviel. So, wenn wir uns da oben sagen. Sehr schön. Und jetzt leiten wir das Wasser wieder auf die andere Seite. Jetzt müssen wir nämlich die ganzen Fässer haben. mit denen was anzustellen. Oder auch nicht. Das Fass da hätte ich noch gerne. Da muss ich wohl leider wohl das Wasser wieder ablassen. Und dann soll das Fass nicht drankommen. Hops. Hops. Kann ich dich vielleicht da hoch tun? Dass du da oben irgendwo bleibst. Nö. Jedenfalls nicht so. Beim Schwimmen kann ich leider nicht. Kann ich dich da hochwerfen? Ja, da bleibst du aber nicht. Okay, kein Problem. Es gibt immer einen Weg. So, das Ganze alles balancieren. Und dann soll ich da bitte eine Kiste draufstellen. So. Ah, und jetzt hier ausbalancieren. Und wir wären fast da oben rangekommen. Aber. Scheint nicht so zu sein, als ob es da einen Weg hoch gibt. Bis jetzt hier drüben. Aber gut. Dann werden jetzt mal die besser hier rüber verschoben. Und nein, so einfach geht das wohl leider nicht. Ah. Na, ich denke schon, wie wir das machen müssen. Erst einmal wieder das Wasser hier ablassen. Komm. Danke. Jetzt das Wasser wieder hoch. Das muss jetzt schnell sein. Schnell sein, sag ich. Na, so viel zum Thema. Schnell sein. Hoppala. Nein. Das klappt so definitiv nicht. Ah, aber ich sehe was. Das klappen dürfte. Und zwar. Na, ich kann leider die Fässer nicht unter Wasser versenken. Aber was ich machen dürfte. Ich muss hier einfach einkeilen. Jo. Genau. Das dürfte helfen. So. Ah. Na. Komm. Zu langsam. du gehst erstmal weg und schwörst du mal so, du gehst da hin und dann bleibst du auch so und dann legen wir das hier um packen dich und schieben dich da rum jetzt gehst du nämlich da hoch und versperrst den Flugzeug wir können das zweite Pass benutzen um hoch zu kommen gut und an dieser Stelle mache ich erstmal wieder einen Cut bis gleich